Guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter vor 8. Das Wetter hat sich beruhigt und das ist natürlich zunächst mal die wichtigste Nachricht an dieser Stelle. Wir haben es im Moment, und das sieht man hier sehr schön auf unserem Satellitenfilm, in der Nordhälfte mit einigen Wolken zu tun. Übrigens ganz interessant, wenn Sie auf diese Wolke achten, das sind so flache Wolken, die von der Nordsee durch die feuchtere Luft reingezogen sind. Und dieses hier, das ist ein aufragender Gewitterturm, der ein Gewitter produziert hat im nordhessischen Bergland. Auch hier Richtung Schwarzwald und in einigen Landesteilen Bayerns bis zum Bayerischen Wald hat es heute erwartungsgemäß nochmal Gewitter gegeben. Aber das sind eben keine Gewitter mit Unwettercharakter, sondern etwas, was man normale Gewitter nennen würde. Wir gucken auf die Temperaturen, auch das ganz interessant, hinter der Kaltfront, das ist hier die Kaltfront, das Blaue mit den Dreiecken dran. Dahinter 19,3 Grad in Bremen, davor die wärmere Luft, Frankfurt 25,5 Grad oder 30 Grad haben wir heute auch gepackt, nämlich ganz im Süden von Baden-Württemberg in Waldshuttingen. Und wenn wir dann schauen auf die Wetterlage, finden Sie dieses Hoch bei den britischen Inseln. Weil wir auf der Ostflanke sind, bleiben wir in der nördlichen Strömung, das Land heizt sich aber langsam auf, deswegen ist die Luft nicht mehr ganz so frisch, die da zu uns kommt. Und deswegen haben wir das Ganze auch mit einem Orangenpfeil symbolisiert. Denn in den nächsten Tagen geht es in vielen Regionen noch ein bisschen weiter rauf mit den Werten. Das ist Frankfurt als Trend eben ja schon betrachtet. Sie sehen, der Wert wird dann hier Richtung 30 Grad gehen am Freitag und dazu gibt Sonne und Wolken eigentlich freundliches Wetter. In die Nacht hineingeblickt ist es dann so, dass es nur ganz im Süden am Alpenrand noch letzte Gewitter gibt. Dann hört das auf, sonst nach Norden einige Wolken mehr. Die Temperaturen liegen dann im Bereich zwischen 9 und 14, teils 15 Grad. Und der morgige Vormittag gestaltet sich in der Nordhälfte ähnlich wie heute. Vielleicht ganz vereinzelt mal ein bisschen Nieselregen, nach Süden sehr freundlich. Letzte Tropfen am Alpenrand, aber nochmal nicht viel. Der Blick auf den Nachmittag zeigt freundliches Wetter in der Südhälfte nach Norden. Die Wolken ähnlich wie heute. Temperaturen dann unter den Wolken um 20 im Markgräfler Land im Südwesten bis 28 Grad. Und der Wind ums Hoch herum, meist Nordwest bis Nord. Kurz der Ausblick für die Folgetage. Alles gleich am Mittwoch auch ein bisschen Nieselregen. Am Donnerstag auch im Norden wieder mehr Sonnenschein. Schönen Abend, bis dahin und tschüss.